Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von LEGO Star Wars, die Skywalker-Saga. Letzte Folge und vorletzte Folge waren wir bei Jabba's Palast und haben uns darum gekümmert, Haren zurückzuholen. Das haben wir geschafft, deswegen können wir nun an einen anderen Ort gehen. Und dieser andere Ort ist Dagobah. Da reisen wir hin. Im Weltraum haben wir schon den Kyber-Kristall geholt. Deswegen gehen wir direkt zum Sumpf und besuchen Meister Yoda, um unser Training erfolgreich abzuschließen. Ich denke, uns erwartet hier kein Level, aber ein schönes Story-Element, damit sich die Episoden natürlich auch nicht zu schnell durchgewasht anfühlen. Und da sind wir zurück im Sumpf bei der Drachenschlange. Und besuchen Meister Yoda. Das ist dann doch auch ein wichtiger Moment für die Story. Das ist sehr schön. Freut mich, finde ich. Guck mal, da haben wir so einen Schlüssel, ne? Diese Schlüssel sehen wir auch immer so selten. Davon haben wir, glaube ich, zwei bisher. Einer war auf Utapau, der andere, ich habe keine Ahnung. Guck mal, ich müsste das jetzt hier ein bisschen mehr ranholen. So. Und dann hole ich die Kiste. Das war gar nicht so schwer. Okay. Dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sollen nämlich hier hin. Da gibt es einen Eingang. Hier gibt es auch einen Eingang. Hier ist eine Landeplattform. Und hier haben wir... ...ne Datendisk. Und die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir jetzt. Da haben wir schon mal geguckt und ich hatte keine Ahnung, wie ich an die rankomme. Ähm. Guck mal mal. Oh, guck mal, da kann man sich doch dranhängen, oder? Oh. Guck mal, ich komme hier sogar... Ah, fast hoch. Ich weiß nicht, wie das genau vom Spiel geplant ist, wie man das machen soll. Ich denke aber, ich kann einfach R2 nehmen. Der kann sich da dranhängen, oder? Da, guck mal. Ja, ohne Probleme. R2 macht es. Wir haben die zweite Datendisk endlich. Richtig schnell bekommen. Können deswegen direkt das Story weitermachen. Ähm. Und hier hätten wir noch... ...ne Granate zum Werken. Erzboog anziehen. Und dann haben wir noch einen Kyberstein. Okay. Hey. Das war erfolgreich. Nehmen wir wieder Luke. Ich bin Luke. Oh, vorbei. Das wäre jetzt interessant, so zu Yoda zu gehen, oder? Sollen wir es machen? Sollen wir es machen? Wir machen es. Komm, wir gehen hin. Wir gehen hin zum guten Meister Yoda mit dunkle Seite Anakin Skywalker. Okay. Wir ändern die Story. Da oben wäre auch noch ein Kyberstein, aber... Dafür brauchen wir, glaube ich, so eine Fähigkeit. Haben wir nicht. Weiter geht's. Zurückgekehrt, du bist. Komm her. Hm. Kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Guck mal, wird sogar als Gegner angezeigt. Meister Yoda. Geschichte fortsetzen. Der war schnell weg. Und ich soll. Ob wir waren. Luke Yoda meinte. Leia. Leia ist meine... Schwester. Schwester. Deine Intuition spricht für dich. Dann komm, Erzwo. Wir müssen zurück zur Flotte. Ich glaube, Luke... Luke und Erzwo haben es realisiert. Was das genau bedeutet. Okay, gehen wir direkt weiter. Wo geht's denn jetzt eigentlich genau hin? Ähm... Endor. Uh. Leute, wir haben den nächsten Planeten freigeschalten. Danach kommen noch... In dieser Episode kommt glaub keiner mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Planeten. Leute, wir haben grad mal die Hälfte. Kommen so viele noch in den letzten drei Episoden vor? Krass. Okay, gehen wir über den... Äh, gehen wir... Ja, in den Weltraum. Über Endor. Jetzt haben wir es richtig. Und dann erwartet uns wahrscheinlich auch gleich das nächste Level auf Endor. Hoffentlich ein ziemlich cooles. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Jagd kommt. Die... Speeder-Schlitten-Jagd auf Endor. Wie heißt das? Speeder? Eigentlich schon, ja. Oh. Okay. Guck mal, hier haben wir wieder diese Felder. Und irgendwo haben wir eigentlich auch... Den guten Kaiberstein. Und ihr wisst es, Leute. Immer wenn man im Weltraum ist, dann muss man den mitnehmen. Mittlerweile habe ich so viel Erfahrung, da ich den so schnell wegbekomme. Ähm. Bei diesen roten Dingern ist es ja so, dass man einen Krieg auslöst. So einen, äh, Raumkrieg. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann dann ein Großkampfschiff kommen. Zum Beispiel der Todesstern oder, äh, so dieses Druiden-Kontrollschiff. Man kann es ja immer mal wieder probieren, ob wir vielleicht diesmal mehr Glück haben und dass das auftauchen wird. Ich glaube eher nicht, aber es wäre wirklich cool. Deswegen probieren wir es einfach mal. Und lösen hier mal ein bisschen den Krieg aus. Die Schlacht über Endor. In der Hoffnung, dass vielleicht der Todesstern dann doch auftaucht. Mich würde es nämlich auch sehr interessieren, was da passiert. Man kann ja irgendwie diese Großkampfschiffe einnehmen, dass die einem selber gehören und die kann man dann kaufen oder so. Ich weiß nicht genau, wie dies funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Ich habe mich da nicht weiter informieren lassen. Guck mal, wie viele sind denn da? Hier geht ja richtig die Post ab. Das geht auch ganz langsam voran, weil es hier so viele sind. Ja, wir machen Fortschritte. Einmal drehen. Da. Alles T-Bomber. Nächster weg. Viele sind es nicht mehr. Ja, ich glaube wir haben es. Okay. Wir haben es. So, 2000 Meter. Das ist 1000 entfernt. Gehen wir hier wieder rein. Kümmern uns hier ein bisschen um die Schiffe. Überraschung. Ich treffe den einfach nicht. Jetzt. Kommt, geht kaputt. Au. Drehen wir uns mal. Da ist einer. Oh, das ist ein Abfangjäger. Das ist jetzt alles Abfangjäger. Davor waren es, war es irgendwie so eine Schlacht mit nur Bombern. Jetzt sind es irgendwie nur Abfangjäger. Da hinten ist der Nächste. Wir könnten auch mal eine Granate werfen. Ah, schwierig. Beim Nächsten. Komm. Er wird unser Mann. Und? Ja. Schön. So, dann da hinten. Oder haben wir das gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Egal, das sollte ganz schnell gehen. Gibt es viele von denen, ne? Ich glaube, drei oder vier sind das. Guck mal, wie schnell wird jetzt weghauen. Boah, der wird hier von vier Jägern gerade abgeschossen. Und irgendwie schafft er es. Okay, haben wir auch. Eins ist noch übrig. Da haben wir Basis 1. Warte mal, Basis. Das ist unser Hauptziel. Okay. Da wäre noch irgendein Charakter. Der soll uns jetzt nicht interessieren. Okay. Und hier haben wir unsere letzte Raumschlacht für heute. Das sind auch nochmal Bomber. Die bomben wir weg. So. Schöne Drehung. Ähm. Ah. Ja. Okay, wir haben ihn. Wo ist der Nächste? Da. Auch wieder ein bisschen eine größere Schlacht. Aber ich glaube, noch so zwei, drei Bomber. Dann haben wir es geschafft. Okay, wir haben es. Ähm. Die kommen aber immer wieder, oder? Weiß nicht. Kommen die immer wieder? Oder sind das echt neue? Äh. Oder sind das noch welche, wo wir noch nicht waren? Ich weiß nicht. Kann man das jetzt unendlich so machen? Also das ist jetzt das Letzte, was ich mache. Wenn da nichts kommt, dann kommt einfach nichts. Aber man kann es, wie gesagt, einfach immer mal probieren. Weil es ist schon interessant, dass man so Großkampfschiffe einnehmen kann. Und ich will das einfach auch mal erleben, so. Irgendwann wird es sich natürlich erleben, weil wir wollen das Spiel ja durchspielen. Aber man kann es einfach mal probieren. Ja, aber das sind jetzt normale Jäger. Da waren wir doch noch nicht, oder? Boah. Überall. Ist ja gerade ganz übel. Den haben wir. Den kriegen wir. Ja. Haben wir ihn. Abfangjäger. Haben wir auch. Okay, sind nicht mehr so viele. Zwei, drei vielleicht noch. Okay. Wir haben es. Die Rebellenallianz hat gewonnen. Gibt immer auch wieder 10.000 Münzen. Und schaut, da haben wir noch eins. Da unten haben wir noch eins. Also das sind, kommen anscheinend immer wieder neue. Okay. Ich wollte es trotzdem einfach mal wissen. Weil, das ist halt auch so interessant, wenn man dann wirklich so ein Großkampfschiff hat. Es kann der Todesstern kommen. Es kann diese Droiden, dieses Droidenkontrollschiff kommen und so viel mehr. Und die kann man dann anscheinend auch irgendwie erobern. Ich habe nicht geguckt, wie oder was da genau passiert, aber ich habe es halt gehört. Okay, und wir haben jetzt hier einen neuen Ort, wo wir frei rumlaufen können, oder? In der Basis 1. Ist das auch so ein Ort, wo man Sachen sammeln kann? Weiß ich nicht. Also, vielleicht eher nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Zwischenbereich, wo man einfach nicht mehr zurückkehrt. Okay, wo ist denn er 2? Da können wir nicht durch. Da können wir aber durch. Ich muss einmal hacken. Und weiter geht's. R2 ist auch ein bisschen dreckig, ne? Hab ein bisschen was abbekommen auf Dagobah. Bestimmt gibt's eine dreckige und eine saubere Version von R2 und noch viel mehr. Sieht doch cool aus hier, der Ort. Also, die Orte sehen eh super aus in dem Spiel. Und hier erwartet uns jetzt nur eine Geschichte. Noch kein Level, also machen wir mal weiter. Obwohl die Waffensysteme dieses Todessterns noch nicht einsatzbereit sind, wird er von einem Energieschild geschätzt, welcher vom nahegelegenen Balken und Endor aus aktiviert wird. General Christian, das hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück. Wir können den Todesstern jedoch erst angreifen, wenn der Schild deaktiviert ist. Mein Team ist bereit. Nein, das waren die Admiral-Akbar-Frühstücksflocken. Das gibt's ja nicht. Also, da sind aber echt ein paar Robert-Chicken-Anspielungen dabei. Das waren ja sowas von die Admiral-Akbar-Frühstücksflocken. Also, es kann auch gemeint sein, dass es vielleicht einfach nur Fischfutter ist. Aber ich interpretiere da, dass es einfach die Admiral-Akbar-Frühstücksflocken waren. Auch wenn es nicht damit gemeint ist, ich gehe davon aus. So, wir haben Lea als Evok-Frau. Auch bekannter Leavok. Wir haben auch den coolen Hahn jetzt hier. Und wir haben ein neues Ziel, was uns dann auf Endor erwarten wird. Deswegen versuchen wir mal hier rauszukommen. Wie gibt's hier sonst eh nix zu holen? Keine Steine. Das ist echt so ein Ort. Ich glaube, da sind wir nur einmal. Es könnte doch sein, dass es da Easter Eggs gibt, die man sonst nie mehr im gesamten Spiel sehen kann. Warum ist das hier eigentlich eh versperrte Wege? Das verstehe ich nicht. Wenn wir hier doch eh wahrscheinlich nie mehr zurückkommen werden. Hm. Okay. Gehen wir jetzt aber zurück in den Hangar. Die Tür ist grün. So, da hinten. Guck mal, wir können sogar unser Schiff auswählen, glaube ich. Ja, können wir auch. Okay. Hier gibt's auch so viel. Gibt's eigentlich die... Ah, guck mal, hier gibt's echt... Oh, Boba Fett's Sternschiff. Die gute Slave One, auch wenn sie nicht mehr so genannt wird. Die Razor Quest. Sehr gut, dass dieses Game... äh, dass dieses Schiff drin ist. Hier kann man ein Gerücht kaufen. Oh, verdammt coole Schiffe, ne? Django Fett's Sternschiff. Warum gibt's da einen Unterschied? Sternfestung. Boah. Hier haben wir den Falken. Da kriegen wir noch zwei neue Falken dazu. Boah, es gibt schon saukohle Schiffe. Rettungskapsel. Man kann in der Rettungskapsel fliegen. Wookie Kanonenboot. Cool. Also echt cool. Ähm, und das Schiff kaufe ich mir. Und das nehmen wir jetzt auch. Du fliegst weg. Warum war so ein Shuttle... Warum war so ein Shuttle da? Das ist doch vom Imperium. Guck mal. Damit fliegt man heutzutage. Das ist der richtige Flex. Wisst ihr, ihr seid so ein cooler Han Solo. Und dann kommt ihr damit jetzt an. Oh, darauf hab ich Bock. Okay. Die sind alle neidisch. Habt ihr es gesehen? Okay. Wir reisen nach Endor. Und zwar zurück in den Weltraum. Los geht's. Achtung. Und... Tjuu. Kann ich jetzt echt damit fliehen? Zeig's mir. Wie cool. Ich bin einfach eine Rettungskapsel. Ich kann sogar schießen. Und die hat Raketen. Warum ist die so cool? Ist ja voll die coole Rettungskapsel. Piu, 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 piu. Hä? Ist ja voll das coole Schiff. Einfach eine Rettungskapsel. Ich find's so toll. Man kann alles spielen in diesem Spiel, was man will. Ob's ein Rancor ist. Ob's Max Weaver ist. Ob's Jabba da hat ist. Ob's eine Rettungskapsel ist. Es geht einfach alles. Und das liebe ich einfach. Und ich bin gespannt, was es noch so alles gibt, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt ein Level kommt. Und ich weiß auch, dass wir das in der nächsten Folge machen werden. Heute haben wir uns ein bisschen um eine Weltraumschlacht gekümmert. Aber auch waren wir auf Dagobah. Und auch auf der Basis 1 oder in der Basis 1. Und nächstes Mal geht's mit dem nächsten Level weiter auf Endor. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Und ciao.